Also wenn alles, wie gesagt, wenn alles gut geht, ich wieder Ich wiederhole es nochmal Wenn alles gut geht, gibt es vielleicht Montag Oh nein, da ist so ein Ding in wieder, ne? Gibt es vielleicht Montag einen Sonderstream, wenn alles gut geht Wenn, aber wie gesagt, ich sag nur wenn Ich würde es, wenn dann auch, wenn dann auch ankündigen Das haben die gehört, natürlich Natürlich Und sie kommen hin, ne? Aber wer kommt? Und wo? Alter, wird unangenehm Ich höre überall gerade die ganzen Na, die ganzen Dings hier und Bums und Tralala Gott, ist das Duster hier Hat mal jemand ne Taschenlampe? Hier war auf jeden Fall noch einer Der war gerade hier am Rumschlawinern Wo ist er denn hinten? Und ist da hinten wieder so ein komisches Ei? Da würde ich für wetten Natürlich kommt er an Was ist das jetzt? Ist jetzt mal Ruhe im Karton So Muss doch mal gut sein hier Ist da hinter uns noch einer? Das hört sich so an Ach, da kommt jemand Der möchte sich mit uns unterhalten Warte mal Ich hab was für den Da trete ich nochmal drauf und nehme nochmal seine Credits mit Die brauchen wir ja So Und wieder durch eine enge Passage Ne, jo hier durch Hab ich nachgeladen? Ja Ziemlich ruhig aktuell, ne? So Na dann Nach oben ist immer gut Gesundheitsinjektor Hä Jetzt können wir den mitnehmen? Achso Weil wir wahrscheinlich nachgeladen haben, ne? Schätze ich mal So Hier ist der Stromreaktor Wo geht's denn hier hin? Will ich das wissen? Ja Entschuldigung Dass ich mein Glück herausfordere Das Glück ist mit den Doofen Weißt du doch Wo bin ich hier? Ähm Erstmal umgucken Ähm Nein Nein Hör auf damit Lass das I Oh nein I Hier will ich gar nicht hin Ich wollte hier gar nicht sein Äh Äh Wo bin ich denn hier? Ich komm nicht wieder zurück Ne Scheiße Ich hätte zum Stromgenerator gehen sollen Das ist ja ganz toll Vielleicht kommt wieder so ein scheiß Ding Ich weiß es genau Äh Irgend so ein Eklhaftes Teil Greift mich gleich Würde verwetten Pilz Äh Was Pilzbewuchs Es war so klar Es war so klar Was ist mit ihm? Bleibt er stehen? Ich hoffe Der kommt auch raus Dafür die verwetten Oh Moin Grüß dich Ich frag mich ob die auch kriechen können Was ist das hier? Komm ich hier Oh 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 Ich tritt auf dich drauf Ja lass die mal kommen Nö nö Lass mal Okay Geht sie auch lang? Nein Kommen die? Nein Ich glaub die sind zu blöd dafür Also sag ich jetzt einfach mal Äh Äh Nein Es war so klar Es war so klar Ich hab es noch gesagt vorhin Irgend so ein scheiß ekelhaftes Kack Ding Greift mich an und Krabbelt an mir Toll Oh Den nehm ich mit Na ich heil mich mal Wie heil ich mich denn nochmal? Nein Äh Ne Ach ich bin voll live ne? Voll live? Die Credits nehm ich mit Was ist denn das hier für ein Raum? Ist das hier die Organisation? Geheimer Raum 2 Hören wir uns mal an Yannick Sage Ja Diese hören hören sie nichts Und weil sie nichts hören Hören sie morgen Der Maulwurf Haben wir noch nicht Da kommt nix Ich glaub da fehlt die Tonspur Es läuft zwar Aber es kommt nichts Das ist ja merkwürdig Ja meine lieben Genossinnen und Genossen Ich grüße euch herzlich Oh Hat sich doch gelohnt War Aber wir haben Inventar voll Wie kann Inventar voll sein Mann Oh das gibt's doch nicht So nen Scheiß Ich meine wir haben so viel Gesundheitsinjektoren ne? Shit Was ist denn das andere da? CPU Drucker Würde ich schon gerne mitnehmen Muss ich ganz ehrlich gestehen Was lass ich denn mal liegen? Gesundheitsinjektor Lass ich los Ich hätt gern den CPU Drucker So Ja ganz ehrlich Komm Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Na toll Oh da gibt's ne Alternative Großartig Hallo Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was? Oh Ach hier ist ne Tür Ich bin aber weg Okay Ich hab Keine Ahnung wo wir gerade sind Ich bin völlig out of order Oh Credits Ja nehm ich mit Sind wir jetzt am Generator? Ich glaub ja ne? Sieht aus als wären drei Sicherungsschulter an den Generator angebunden Natürlich Wie soll's auch anders sein? Eine Sache immer dreimal machen? Oh ein schwebender Helm Den hätt ich auch gern Der ist jetzt in Mode Schwebende Helme Ich glaub wir wären hier auch hingekommen wenn wir durch die Tür gegangen wären Ne? Kann das sein? Ach das war rechts Achso okay Das war rechts hier der Raum Wo wir gerade drin waren Jetzt müssen wir Wo müssen wir denn jetzt hin? Muss ich Was? Muss ich hier lang? Ich hab völlig die Orientierung verloren Oh da oben ist ne Kiste Waren wir da schon? Hallo Hallo Nein ich glaub wir waren hier noch nicht Ha Ha Hu Ah Aber da ist wieder so ein Sprengding Doch wir waren hier Muss ich jetzt komplett zurück? Entschuldigung Hä wo muss ich Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich jetzt wirklich zurück gehen? Die magische Zahl 3 Ja 3 Sicherungen Fail Also die Geräusche sind schon echt Also die Geräusche sind schon echt krass Also mit Kopfhörer ist das schon echt ein Ohrenschmaus Muss man sagen Okay ich komm hier aber nicht mehr zurück Gibt's hier noch ein Alternativ wie ich? Drum Reaktor da lang Hier vielleicht N Ducken vielleicht Ne Okay Äh Okay nach oben kommen wir nicht mehr Das heißt wir müssen hier lang Ah wo geht's denn da weiter? Ah warte da war eine verschlossene Tür Flässe jetzt offen Das kann ja sein Ah man ich übersehe immer so viele Dinge So War ich nicht War schon so So warte So Moment Äh Hier lang Düse mal Echt viele Quetschungen Also so Passagen mäßig So Jetzt mal kurz gucken Ich düse da mal nach oben Nochmal Entschuldigung Das war's nochmal machen Machen müssen Ich kann nicht mehr sprechen Stream an Und du kannst gar nichts mehr So ich glaub die Tür ist offen Ja das ist die hier Ja die war vorhin zu Jo Alles klar Wir wissen Bescheid Und diese drei Sicherungen Werden bestimmt gut bewacht Ja Für den ersten Sicherungsschalter Den ersten Nicht alle drei Erstmal nur den ersten Oh ja Da hinten leuchtet so schön Lass mich raten Ist das der erste? Oh nein Hier sind überall Spikes an der Wand Eine hab ich Und jetzt Wir kriegen Besuch Ne Es war so klar Wo ist denn der zwei Natürlich Na klar Ich geh mal runter Ui Moin Na Wie ist die Lage? Natürlich fünf Stück Warum denn nicht? Alter wenn mich einer riecht oder so Ne Entschuldigung ich rieche nach Maggi Komm mal her Komm mal her Oh Das war nicht gut Das war nicht gut Uah nein Was Uah Alter ich bin so down Ich bin so weg Ich bin sowas von weg Das war's Alter Nein Es war so Ich hab aus Versehen auf Äh Ich hab tatsächlich aus Versehen auf Schießen gedrückt Deswegen hat er mich gehört So ne Scheiße So ne Scheiße Ja gut ist ja nicht schlimm Das ist ja nicht so gut gelaufen Von oben runter ballern Ja Ist vielleicht ne gute Taktik Uah dem fehlten Kopf Wo ist er hin? Der kommt jetzt hier hoch ne? Ja Oh Alter Die kommen alle Scheiße die kommen alle Das ist nicht gut Alter Ja aber die kommen alle hoch Okay könnte man vielleicht schaffen Wenn man das ein bisschen anders timet Vielleicht Keine gute Idee glaube ich Rum zu schießen Ich glaube die muss man alle sneaky erledigen Kommt der hin? Ja natürlich ne? So einmal Huch Äh Huch Was hat er denn? Bleibst du mal liegen Und ruhig bitte Du 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 Na komm mal her Komm doch mal zu Papa Wo sind die anderen da hinten? Psst Inventar voll ernsthaft Na nicht gut Nicht gut Geht weg 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 Geht man Du hältst die Schnauze Wenn ich mit dem rede Was? Wackel 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 So irgendwo ist noch einer Ich hör noch einen Irgendwo schlawinert hier noch einer Da hinten Aber Moment Was? Was sagt er? Fehlt noch einer Dead one Fehlt noch einer Oh da ist die Tür offen Natürlich Oh da ist ne Kiste Warte mal So Okay wenn er da in die Ecke steht Oder hier steht Dann kann ich den auch einfach mal Hinterrücks erledigen Dann brauche ich nicht meine Gravity benutzen Irgendwas explodieren lassen Um sie wegzulocken Ja Hab ich leider nicht Zum explodieren Oh nein Jetzt hab ich geschossen Scheiße Oh scheiße Oh scheiße Jetzt wissen sie wo ich bin Oder was? Oh alter Wo kommt der denn her? Lade nach Tod bleibt tot Mann Äh wo kommt der? Alter willst du mich veraschen? Bleib doch mal liegen Mann du Schlingel Alter Einmal vertippt Na Was Problem ist Wenn du den So greifst Mit diesem Gravity Gun Und so in der Luft hältst Und willst ihn dann werfen Aber in dem Moment Deine Kraft dich nachlässt Diese blaue Anzeige im Nacken Die wir haben Die ist ja leer Wenn die nachlässt Und du dann R2 drückst Ist ja wieder die Waffe aktiv Und dann schießt der Das ist so doof 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 Das ist so doof